Ich hab einen, ist raus. Ich hab DS-Fried weg. Wir sind raus. Noch einen raus. Habt ihr bei denen an der Base raus? Ich steh bei denen an der Base, ich will die Pose nicht aufgeben. Ja, er kommt jetzt, bitte raus, gut. Ich hab noch einer. Oh fuck. Einer kommt zu dir, kommt zu dir, kommt zu dir. Metal steht, Metal ist dead. 7 Leben, 1 abcampen, das machen wir. Noch einer weg. Noch einer weg. 2 Leben, kommen wir den B für Time. Noch einen raus. Einer hier runter. Ich geh jetzt auf Spawn. Is dead, hab ich. Ich mach jetzt Spawn-Trip. Alle 2 und den letzten auch noch. Schild doch mal. Schild doch mal ein bisschen mit den Gegnern. Schild doch mal ein bisschen. Tut mir leid. Ich hab alle 2 zerfickt. Guck mal. Ich hab die Heli, die Gegner haben gar keinen Bock mehr. Ich hab die ganze Heli, die Gegner haben. Die Gegner haben richtig stark, Bro. Richtig stark, Bro. Ich schwöre. Ich hab die ganze Season nicht gespielt, ne? Ich hab die ganze Season nicht gespielt. Ja, ja. Er ist weg. Ja. Ich hab ihn zuerst schon. Dead. Dead. Sorry, ich konnte die nicht weg, weil ich auch geflatzt war. Ich hab den einen raus. Und B? Ja, wo er hängt mich ab? Er hängt auf mich, unser Widow. Nein, er hat mich. Bei B. Der kommt bei Chris, bei Chris. Noch einer weg. Der Feind hat kaum noch Verstärkung. Wir haben Feindkontakt bei Bravo. Er hat mich in One-Hit bei den Trampus. Direkt in die Seite. Rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite. Achtung. Er hat mich. Dead. Nice.